Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu meinem Anfang Road to Challenger bzw. Ranked in der Preseason. Ich hab's gestern kurz mal angekündigt und angedeutet, was wir denn jetzt eigentlich vorhaben. Wir warten kurz im Gebüsch. We can stay. Okay, Udi startet top, wir können hier trappen. Starte ich mit meiner Q, damit meine A... Mit meiner Q. Gestern hab ich das erste Mal Ranked gespielt in der Preseason, hab mir ein Bild verschafft. Wie ist Ranked eigentlich so? Und prinzipiell ist Ranked eigentlich noch ganz vernünftig. Es ist gar kein Clown-Fiesta, wie ich es eigentlich erwartet habe. Die Leute, die wollen halt immer noch eigentlich einigermaßen serisch spielen. Die Elo, die auf der Verkrette spielen, ist Diamond 5. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr generell Interesse an mehr Videos habt, checkt einfach mal, ob ihr bei mir die Glocke aktiviert habt. Ich hab das noch nie in irgendeinem meiner Videos gesagt. Ich wette, die Hälfte aller meiner Abos hat die Glocke einfach nicht aktiviert. Mich würde es freuen, wenn ihr das einfach mal jetzt checken würdet, ob du die Glocke aktiviert hast. Und wir versuchen hier die Trap. Leona hat eine sehr hohe Winrate. Tanks generell sind sehr solide. Leona wurde nicht gebannt und ich dachte mir, probieren wir doch mal Leona aus. Mit etwas Glück läuft Soraka jetzt in uns rein. Und es könnte eine sehr schöne Sache für uns werden. Oh, ich hab sie nicht ignitet. Ich wusste nicht, dass Corki da noch... Die hätte da... Dass Corki da natürlich noch flashen will, da muss man nicht so all in. Das ist okay. Das ist, denke ich, okay. Aber jetzt ist Corki low. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr so okay. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es gereicht hätte für die Soraka. Weil die Ashe auch noch Heal hat. Oder? Ashe ist Level 2. Good Job, Bruder. Okay, ganz ehrlich. Der erste Attempt hat die Samshaus gebetet. Und ab jetzt würde ich sagen, ist alles gut. Mach mal weiter. Won't play aggressive bot muted, Leo. Achso, lol. Corki mutet mich direkt. Er sagt, er hat keinen Bock mehr. Ja, moin. Scheiße, warum ist meine Ehe nicht auf Smartcast? Die Bard Plays, die ich eben noch gespielt habe. Und sorry, falls es brummt. Ich habe es im letzten Video schon angedeutet. Oben wird gebohrt. Ashe ist hier. Can't... Can't kill Soraka at Level 1. So, wir warten kurz, bis Corki wieder da ist. Bis dahin gucke ich, ob... Na, CS kann ich gerade nicht holen. By the way... Das ist ein ziemlicher Free-Pick eigentlich. Feels bad. Können wir da trotzdem rein? Nein. Oh mein Gott, die Zenith-Klinge. Die hätte besser sein können. Sorry, Uli. Ich muss mich jetzt erst mal wieder auf das Game konzentrieren. Irgendwie hat mich dieses Mad-Sein von Corki ein bisschen rausgebracht. Ich frage mich, ob wir überhaupt traden können. Ich glaube nicht. Inzwischen müsste Soraka hier haben. Und da wir sie nicht all-in prinzipiell... Ich weiß es nicht. Ich würde schon gerne probieren. Corki's Q ist gerade raus. Nee. Jetzt haben wir schon wieder zu viel, glaube ich, mitgenommen. Hm. Komme ich hier raus? Corki, wir können die noch killen. Na moin. Aufwachen, Kandidat. Okay, wir haben es geschafft. Der Engager-Fleon hat funktioniert. Ich habe es einfach mal in die Hand genommen. Ah, die ist doch echt weit nach vorne gegangen, diese Soraka. Da hat sie sich gut einen rausgenommen. Ich glaube, das geht hier weh, oder? Da ist die E 60. Die W kostet auch 60. Karsix ist Level 4. Udef ist Level 4. Good job. Guter, guter Job. Ich glaube, ich baue direkt das Ward-Item und... ...und Einsatzschulen. Also, overall muss ich sagen, das Late-Game, was wir haben, gefällt mir deutlich besser. Wir haben einen Gangplank und einen Uri. Das sind einfach schon zwei, die machen Solo-Picks und die Gegner haben keinen einzigen Tank. Eigentlich kann ich auch im Late-Game Ash-Ultin, Soraka-Ultin, Karma-Ultin, Karsix, Jain und Ezreal auch so halbwegs. Wir haben jetzt hier uns Bot nicht zu sehr abfrischen lassen. Corki hat einen Support und nur vier Farmen weniger. Ich glaube, jetzt stehen wir tatsächlich wieder, äh, ganz gut da. Ein bisschen Heal habe ich hier noch. Müssen kurz aufpassen. Na, gute... ...gute Q von... ...von der Soraka. Ich weiß nicht, ob Corki freeseln will oder ob er Damage-Klasse hier will. Oh, die Trap! Zack! Moin, Udi! Hinter der Ecke. Ich würde gerne wieder engagen. Jetzt auch mal ein bisschen Druck hier wieder machen. Guck mal, das funktioniert auch. Ey, das funktioniert jetzt auch. Ich glaube, der hat einfach hier direkt gerecallt, der Karsix. Der Kontrollhaut von Corki leider instant gesnackt. Shit. Mit dem Regenschirm. Hau mit dem Regenschirm drauf, Leona! Ich bin gleich Level 6. Das wird ziemlich zucker mit Level 6. Wenn wir vor Leserak Level 6 wären... ...in dem Regenschirm drauf, Leona! ...dessen Sekunde ab. Aber Level 6 hat funktioniert, Boys! Ja, 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 Korki. Ja, 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 ja. Ich finde, dass sie freeset. Ich finde, dass sie freeset. Ich kann eigentlich nichts machen. Okay, das ist okay. Solange der Cannon Minion anvisiert wird, ist das okay. Fuck, wird er nicht! Okay, Webplay zur Hauke. Diesen... ...Sieg hast du gewonnen. Aber den Krieg noch nicht! Fünfer Boots. Und jetzt können wir anfangen zu roamen. Jetzt können wir anfangen zu roamen. Leonas Ulti ist so broken. Und das war ziemlich cool, dass ich vor der Soraka Level 6 gewonnen bin. Udia tobt sich jetzt auch aus. Aber ich persönlich... ...kann Udia noch nicht einschätzen. Ich kann ihn aber auch nicht spielen. Das reicht. Er macht das super, der Udia. Hab jetzt auch gesehen, Trick2G spielt ganz gerne Udia. Mit Tiger. Das geht hier oben ab. Oh, wo geht der denn jetzt hier schon wie lang? Udia macht das eigentlich das einzig Richtige. Der pusht den Turm. Wie willst du wegkommen, Duden? Wie willst du wegkommen? Wow, das war so obwiersig. Ich hab doch extra für dich gewordet. Ich hab extra für Gameplan gewordet. Und da war kein Karis drin. Ergo, unsichtbar geht der auf dich drauf. Ah. Ah, ein bisschen Damage kassier ich. Ist okay. Ich will nur den Canemate haben. Oh, wait. Udia geht rein. Scheiße, der ist in einem Pinkwood vorbei. Oh, der will noch mal Top? Fragezeichen. Der Ezreal ist auch untergelaufen. Seid vorsichtig. Ich hab versucht, euch zu warnen. Ich hab gern die Knospel. Oh, fuck, 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 fuck. Der Arrow. Nein, nein, nein. Fuck, ich bin noch unterm Tower nicht sicher. Oh, die Side-Steps. Das Side- Okay, ich bin noch unterm Tower sicher. Feels good. Ich bin low. Okay. Es könnte sein, dass die den Drake machen, aber es ist zu riskier. Ich bin zu low. Okay, wir haben uns jetzt mit Leona nach den anfänglichen Startschwierigkeiten eigentlich ganz gut hinbekommen. Ist das richtig, was ich baue? Ganz ehrlich, was wird Leona vorgeschlagen? Locket. Sieg ist konfigenz, hab ich auch schon mal gesehen. Ja, warum eigentlich nicht? Ich baue jetzt Rageous Glory und danach baue ich meinen Locket, denke ich. Wird schon stimmen. Hauptsache, gut engagen, bisschen supporten. Ich will den mitlein-Turm, ganz ehrlich. Oh. War das ein Blindshot? Stark von dem Udia. Holy moly. So schnell konnte ich nicht mehr reagieren, weil ich eigentlich noch eine Ulti entschmeißen könnte. So. On my way. Ich glaube, Udia kommt weg. Oh my god. Damage. Ich weiß. Nein. Nice. Der Wukong hat den Kill mit Ignite bekommen. Ähm. Okay. Egal, wo ich hingehe, ich engage. Das ist das, was ich meinte. Die Gegner haben so ein squishy Team, dass ich, äh, vom Pick her einfach schon sehr gute Karten habe. Oh, wir kriegen den Turm. Wukong macht gut viel AD am Turm. Jetzt gehen wir auch nochmal recallen. 1-0-5. Ich habe auch die Key Mastery hier. By the way, Aftershock, die hat mir jetzt fast 500 Schaden gebracht. Ungefähr so viel wie Sorakus. Okay, let's go. Einmal kann ich noch meine Ulti einsetzen, dann geht der Kulon runter. Ich finde generell, Leona hat sowieso schon einen geringen Kulon für die Ultimate. Ich finde, Leona hat sowieso schon einen geringen Kulon. Nochmal die Walls gestellt. Fuck, ey. Reingebated. Ich habe erst überlegt, Toplane zu rotieren. Ah, Gott, ich wurde genauso reingebated. Nein, er kriegt einen Kill. Warum hat er nicht gerechnet? Ich wollte eigentlich Toplane rotieren und mal den dritten Tower hier holen, eigentlich. Das wäre so die logische Wahl gewesen. Und ich habe meine Ultimate leider nicht auf Ezreal getroffen. Das war mein Bad. Weil die Ultimate auf Ezreal hätte sitzen müssen. Hätten wir ihn gekillt. Und dann hätten wir auch nicht mehr weiter gechased. Und dieser ganze Chase, fuck, das geht auf meine Kappe. Ja, Leonas kleiner Kreis. Wenn man da im Circle trifft, dann ist der Gegner cc'd. Vorher nur geslowt. Ja, die kriegen wir alle. Das war eine Ulti, wie ich sie haben wollte. Das war eine Ulti, wie ich sie haben wollte. Vorsicht, da drin ist der K6 irgendwo. Eigentlich sollten wir auch den Herald jetzt machen. Der Herald ist immer schön. Die Knospe lasse ich dir nicht. Drake ist auch ab. Entweder folge ich jetzt zu Wukong oder ich gehe zum... Okay, wir folgen dem Wukong. Wir folgen dem Affen. Dem Äpfchen. Hier ist ein Wort. Eigentlich ein ganz guter Hit. Aber es reicht noch nicht. Selber low geworden. Hier ist noch ein blauer Orb drin. Ich glaube, den riskiere ich noch. Nice. Der Ezreal wusste, dass ich da bin. Und das war sich trotzdem irgendwie sehr sicher, dass er da reingewollte. Ist ja selbst schuld. Momentan gibt es kein Counterplay irgendwie zu der Leona, die ich spiele. Ergo, ich brauche keine Angst haben. Ja, wenn ihr sagt, my rank games an sich. Road to Challenger jetzt in der Preseason. Ist eine coole Sache. Dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Das ist ja das zweite Video von den Zweien. Und da wollte ich mir einfach einen Eindruck verschaffen, erstmal wie die Games so sind. Und ich muss sagen, die Games an sich sind strukturierter als die Normals. Nicht so viele Fiestas dabei. Also eigentlich ganz angenehm. Aber ich brauche da halt noch eure Meinung dazu. Zeig, Wukong ist wieder drin. One-Shot. Ha! Das geht, Jumus. One-Shot Wukong. Ja, sieht spaßig aus. Ich kassiere einfach nichts. Okay, ich kassiere doch was. Nein! Das war wieder my bad. Beide meine Todel. My bad. Warum, ich hätte den K6 Easy noch stun können. Na guck mal, die werden komplett alle aufgeräumt. Ich glaube nicht, dass die wirklich zum Baron gehen. Also es wäre nicht schlau von denen. Klar stopp ich die. So, die machen keinen Baron. Also die machen Baron, doch da blinkt was. Oh mein Gott, meine Ulti! Mann, 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 Mann. Laufen die weiter? Die laufen bestimmt weiter, ne? Ich hätte da mit Righteous Glory reinlaufen sollen. Gangpanks Ulti war, glaube ich, auch noch nicht ab. Zwei Leute für Baron, äh, 2-1 besser gesagt. Hätte... ...schlimmer sein können. Jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich nicht geerrowed werde hier. Fukong hat seine eigene Trap. Oh, 14 Kills haben wir auf Fukong. Das hält mich an mein letztes Spiel, wo... Okay, die Chasen hier, das heißt, einer pusht. Wer ist derjenige welche? Ich muss Chasen sogar noch mehr. Da ist die Asch. Okay, wir kommen da weiter nicht dran. Wukong ist auch low. Ich würde draufflashen und Q'en können. Das war schon mal gar nicht so bad. Okay, wir werden gut los. Die Neona engages. Diese Jolo sind geil. Die sind Yolo. Mit Righteous Glory. Das ist auch ecke. Awesome. Ich muss nicht überlaufen. Ich wollte gerade reingehen auf die Soraka, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ash ist da unten, ich glaube nicht, dass Soraka Solo deppen wird. Lass uns lieber rausgehen, sicher, sicher. Drache wurde noch geholt von meinem Team, damit stehen wir 2 zu 1, wir haben wieder mehr Kills, wir haben mehr Türme. Wir dürfen nur nicht greedy werden. Aber sobald ich auf einen Carry oder Soraka gut engagen kann, dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Ich glaube fast Randoins wäre besser jetzt als Locked. Die haben nur Karma und lieber die Gegner weiter verlangsamen. Loll. Okay. Ein paar Wards, die ein bisschen deeper rausgehen, sind schon wichtig. Nice. Denn Wukong will konstant Picks machen. Ein bisschen was kann ich noch draufdrücken. Ne, 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 lass uns rausgehen. Schade. Bisschen Misskommunikation. Der Anfang hatte auch ziemlich wahrscheinlich seine Fässer vorher nicht. Ah, das wird gut, das wird gut. Colgate Damage. Nicht genug. Das ist ein großes Problem von Leona. Ja, ihre Engages sind klasse, aber irgendwann hast du das Gefühl, okay, du engagst überall rein. Und man kann das Team ziemlich leicht baiten. Und hier hätte ich nicht rein ultilen und ehen dürfen. Also alle drei Tore, die ich habe in diesem Spiel, sind auch wirklich zu Recht. Die Vorbereitungen waren zwar nicht schlecht, aber die Fehler interessieren mich ehrlich gesagt nicht mehr. Unser Colgate ist ziemlich gut, das Equip jetzt zum One-Shotten. Dreimal Trinity Force. Die Watts hier sind richtig schön. Achso, ich dachte den Baron gestartet. Schade. Gankling ist nicht da. Ja, Wukong ist tot. Aber was ich jetzt mache ist... Die wollen zum Baron gehen. Schade. Mann ey, wie schnell war denn der Kha'Zix? Der muss... Der hat hundertprozentig die Ruhe, äh... Der hat hundertprozentig die Ruhe, dass er im River schneller ist. Kha'Zix, nur Flash. Ich brauche mehr Rüstung, umso tanky führe ich mich gar nicht gerade. Das ist ein fünftes Spiel. Der ist für mich gar nicht so kaputt, umso Kha'Zix zu spielen! Das ist für mich gar nichtbst, umso Kha'Zix zu spielen! Dann komm jetzt mal auf! Das ist für mich schon mal auf! Das ist für mich gar nicht zu freuen! Oh mein Gott, was hat der eigentlich alles rausgebaitet? Und auch schon wieder tausendmal unsichtbar. Unglaublich, dieser Kha'Zix. Ich wollte die ganze Zeit Ignite auf ihn hauen. Da hat leider der U dir nicht ganz unrecht. Gerade mit Gangplanes Fässern, dann könnten sie nicht chasen. Die Gangplane-Ulti ist ja auch top. Okay, technisch sind wir noch leichter hell. Wenn ich hier irgendwie gerade... Ach, da hinten ist der... War das nicht ein cooles 5v5? War das nicht so eine richtig geile Schneise für uns? Ich glaube, die waren mit Kha'Zix beschäftigt. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich irgendwie nicht mehr engagen kann. Ezri und Ash, die killen mich zu leicht. Beziehungsweise, ich muss... Ich muss engagen, sobald ein Fass von Gangplane trifft. Wenn einer leicht geschwächt ist... Aber eigentlich ist die Ulti auch schon mal gar nicht so wert. Für was war jetzt die Gangplane-Ulti? Ich dachte, die wäre dazu da gewesen, um reinzugehen. Na gut, der Inhibitor steht. Gangplane ist halt echt super stark. Der hat 4 Items und das ist ein Gangplane. Da muss nur ein Fass auf dem Carry treffen und dann kommt meine Ulti hinterher. Zumindest plane ich es so. Da oben ist der Kha'Zix. Die streiten sich unten um den Farm. Der Kha'Zix hat so ein Damage. Gangplane hat Instant geflasht. Der Gangplane hat direkt TP'ed. Der will wieder splitten. Ruhig stehen im Orb, Leute. Tja, das Udi recallt. Udi hat es jetzt übrigens auch sehr schwer. Wie soll er an die Carries rankommen? Frontal. Kha'Zix ist vertraut, aber wir können nicht wirklich was holen. Der Ezreal von denen ist jetzt auch sehr gefährlich. Slippery. Vielleicht sollte Udi splitten. Aber ich will nicht über Udi reden, ich bin... Das letzte was ich bin, ist ein Udi main. Vor allem, wir sind immer noch der Part, der irgendwie ergriffen... Hauptsache, ich bin raus, ey. Und der Udi auch raus. Ich hab mal ne Q von Ezreal abgefangen. Zum Glück. Oh man. Schwierig gerade. Der Kha'Zix von denen... Ich finde, das ist irgendwie das Hauptproblem. Der ist immer so lange unsichtbar. Wenn man jetzt die Ulti evolved, dann siehst du den nicht. Ich hab den für ne Millisekunde gesehen. Wir haben halt auch nicht die Reichweite, wir haben eigentlich nur N-Gage. Weil selbst wenn wir jetzt einen Pick machen, was wir eben auf Kha'Zix gemacht haben, können wir nicht einfach pushen gegen Karma Ash und Ezreal. Hm. Ein bisschen Theorycrafting gerade, was hier vor sich geht. Ich bin der Leona. Und ich bin der Tank in unserem Team. Aber unser... Wenn nicht alle dabei sind und wir nicht zu fünft hart engagen, dann werden die uns langsam totgrinden, denk ich mal. Deswegen... Ist es auch sinnvoll eigentlich mal zu fünft rum zu laufen. Aber das ganze ist ja nur da mit fünf. Die große Hoffnung ist immer noch, dass die Gegner einen Fehler machen. Oder in 50 Sekunden der Baron-Fight entscheidet. Wir haben zwei Flashes. Soraka und Ash. F**k niss. Wenn der Gangplank einmal dabei wäre. We really need to go S5. Oh, guter Dodge von Kha'Zix. Schade. Schade Schokolade. Anfangs war es ganz gut. Uli kriegt den Flash von Soraka. Ich krieg den Flash von Ash. Und dann wollte Wukong auch nochmal rein. Dann sind wir alle rein. Und ich glaub der Kha'Zix hat wieder gut von der Seite aufgeräumt. Und ja der Gangplank schreibt die ganze Zeit. Er kommt, er kommt aber im Endeffekt kommt er immer viel zu spät. Und hat einfach nicht vor gehabt zu groupen. Schade drum. Denn das hätte 5 gegen 5 glaube ich hier zum Schluss echt was werden können. Ich hoffe es hat euch gefallen. Leona Support. Funktioniert gut. Leider eine Niederlage. Feels bad. Null Punkte haben wir noch. Damage Graphen. Was macht Leona so für ein Damage? Ist nicht so krass nennenswert. Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Generell was ihr zu Ranked in der Preseason haltet. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Danke für eure Zeit, die ihr für dieses Video investiert habt. Euer Mr. Michael P. Haut rein. Macht's gut. Danke.